Hallo Leute, heute geht es um das Thema Plan B bei der Hochzeitsplanung. Ich heiße Susanne, ich bin Hochzeitsplanerin, ich habe vor ein paar Jahren in der Branche Fuß gefasst. Ich mache sehr viele freie Trauungen und durfte da schon viel miterleben und damit ihr aus den Pannen und Fehlern von anderen Braupaaren lernen könnt, gibt es jetzt diese Videoserie. Was ist denn eigentlich ein Plan B? Was macht ihr bei Regen und wie kommt so ein guter Plan B zustande? Dieses Thema besprechen wir jetzt und wenn es euch interessiert, dann viel Spaß beim Video. Also, was ist denn überhaupt ein Plan B? Wir leben in Deutschland und es ist mir fast ein absolutes Rätsel, wie man davon ausgehen kann, dass man an seinem Hochzeitstag wirklich gutes Wetter haben kann. Das gibt es hier nicht, diese Garantie. Und doch treffe ich immer wieder Bräute, die in jedem zweiten Satz sagen, ja, ja, wir haben einen Plan B, aber brauchen wir nicht, weil bei uns scheint eh die Sonne, bei uns regnet es nicht. Ja, wir haben schon einen anderen Platz für die Trauung, aber den brauchen wir nicht, weil das Wetter bleibt eh schön. Wir haben das Glück. Das sagen alle Bräute und ein paar davon wird es leider auch mit Regen treffen. Deshalb gibt es vier Fragen, mit denen ihr anfangen solltet, um einen guten Plan B zu entwickeln und die erzähle ich euch jetzt. Die erste Frage, die ihr euch stellen solltet, lautet, habt ihr alternative Räumlichkeiten für die Programmpunkte, die ihr geplant habt? Die zweite Frage, wie schnell ist euer Plan B umsetzbar? Die dritte Frage, ändert sich etwas an eurem zeitlichen Ablaufplan? Und die vierte Frage, braucht ihr Ersatzprogramm oder andere Alternativen zum ursprünglichen Plan A? Kommen wir zu Punkt 1, habt ihr alternative Räumlichkeiten? Meistens ist es so, dass viele Locations schon auch eine Alternative anbieten, wo man sagt, wir wollten jetzt eigentlich Kaffee und Kuchen gerne draußen auf der Terrasse machen, dass sie auch einen schönen Raum haben, wo man dann Kaffee und Kuchen drinnen servieren kann. Bei den Trauungen ist es schon wieder was anderes, da gibt es auch viele Paare, die einfach nur im Garten heiraten wollen, da gibt es dann gar keine Alternative. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr eine Hochzeitslocation buchen wollt und da solltet ihr euch auch immer die Alternativen angucken und ihr solltet mit dem Gefühl durch diese Räume gehen, dass eure Hochzeit tatsächlich da auch stattfinden kann. Sagt euch nicht permanent selber ein, ist schon ganz nett, das können wir schon nehmen, aber bei uns regnet es eh nicht, darum brauchen wir das nicht, weil euch draußen alles gut gefällt, was sie euch zeigen und drinnen eigentlich nicht. Es ist wahrscheinlich gut möglich, dass es an eurem Tag auch regnen kann, also sollte euer Plan B mindestens genauso gut sein wie euer Plan A, damit der Tag dann auch wirklich schön für euch wird, egal wie das Wetter ist. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Sagen wir mal, ihr habt den Sektempfang draußen geplant, ihr habt für Kaffee und Kuchen eine schöne Räumlichkeit und auch für das Dinner, das gefällt euch alles, aber für den Sektempfang gibt es jetzt eigentlich keine gute Option. Es wurde euch angeboten, dass man dann die Schirme aufspannen kann und die Gäste dann eben unter den Schirmen Schutz finden können. Wenn es jetzt richtig fies regnet und dann vielleicht auch noch so ein Wind daherpeitscht und seitlich unter die Schirme weht, ist es einfach nur unangenehm und es wird nicht schön. Ich würde mir das immer persönlich anschauen. Ich würde auch mal schauen, wie nah diese Schirme zusammenstehen. Wenn die weit auseinander stehen und da immer zwei Meter Platz sind zwischen den Schirmen, dann habt ihr lauter Grüppchen Leute, die sich da drunter halt nicht fortbewegen können, vor allem die Frauen mit schönen Kleidern. Deshalb würde ich mir das ganz genau überlegen, ob das eine gute Alternative ist oder ob ihr nicht nochmal nach was Besserem guckt. Punkt Nummer zwei. Wie schnell ist euer Plan B umsetzbar? Es gibt ja auch Tage, wo das Wetter erstmal schön ist, wo man draußen alles aufbauen kann, aber im Laufe des Nachmittags ziehen die Gewitterwolken rüber und es fängt doch schnell an zu regnen. Das kann ziemlich plötzlich gehen und nehmen wir auch hier mal ein Beispiel. Ihr habt vielleicht eine schöne Fotowand draußen aufgebaut mit Bildern aus eurer Kindheit und es fängt jetzt an zu regnen. Erster Punkt. Die Braut bringt sich ihr Kleid, ihr Make-up und ihre Frisur in Sicherheit und legt nicht Hand an. Damit ihr eure Sachen jetzt evakuieren könnt, vielleicht auch schöne Dekorationselemente oder Geschenke, die noch draußen stehen, braucht ihr ein Team. Das würde ich immer schon im Vorfeld besprechen. Am besten auch zwei, drei Tage vor der Hochzeit, wenn ihr das mit dem Wetterbericht abgeklärt habt. Und dann auch den einzelnen Personen, die in eurem Team eine Aufgabe bekommen, so ein kleines Handout geben. Welchen Job wer übernehmen soll, wohin die Sachen kommen, die die Personen quasi retten sollen. Dann habt ihr schön strukturiert. Ihr habt eine Ordnung. Ihr braucht nicht in Panik geraten und habt dann schnell euren Plan B bei der Hand. Punkt Nummer drei. Wie verändert sich denn euer zeitlicher Ablaufplan, wenn ihr eure Pläne plötzlich ändern müsst? Nehmen wir ein Beispiel. Ihr wollt am Abend eine Feuershow buchen. Jemand, der zum Beispiel mit brennenden Fackeln jongliert und solche Sachen und Kunststücke vorführt, der kann es nicht in geschlossenen Räumen machen. Es geht nur draußen. Was ist jetzt, wenn es stark regnet? Dann findet diese Show nicht statt. Es gibt ganz viele Künstler, die da eine Alternative anbieten. Die bringen ihr Equipment schon gleich mit. Die machen dann zum Beispiel eine Laser- oder eine Lichtshow. Das ist auch total schön. Das kann man in dunklen Räumen wunderbar machen. Und ihr hättet eine Alternative. Ihr solltet immer mit euren Dienstleistern besprechen, wenn ihr irgendwas bucht oder abschließt oder was plant. Was ist denn die Alternative, wenn wir das so jetzt nicht umsetzen können? Da gibt es viele Punkte, zu denen kommen wir jetzt auch gleich. Zum Beispiel, ihr wolltet die Luftballons fliegen lassen. Das ist der Punkt Nummer vier. Für welche Programmpunkte braucht ihr eine Alternative? Okay, es stürmt, es regnet, die Luftballons können nicht steigen. Meistens wird dieses Spielchen so gemacht, dass die Gäste eine kleine Karte ausfüllen und ihre Wünsche noch mit an den Luftballon hängen und er dann mit den Wünschen wegfliegen kann. Ihr könntet eure Gäste jetzt einfach trotzdem bitten, diese Kärtchen auszufüllen. Dann organisiert euch eine schöne Vase oder zur Not auch einen Sekthalter oder eine Kiste oder einen Karton und sammelt einfach diese Wünsche auf. Ihr könnt es entweder einfach aufbewahren, mit nach Hause nehmen als schöne Erinnerung an den Tag oder ihr lasst sie einfach zu einem späteren Tag, vielleicht am nächsten Morgen nochmal gemeinsam mit allen steigen. Ihr müsst es nur vorher überlegen, damit ihr dann nicht enttäuscht seid, wenn es nicht klappt. Wenn ihr ein Auto bucht, ein Cabrio, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr ein Dach habt. Das ist nicht bei jedem Oldtimer, speziell bei denen, gewährleistet. Sagen wir, ihr wolltet am Abend gerne ein Feuerwerk machen. Da sind die Alternativen jetzt einfach schwierig. Ihr könnt da einen kleinen Gag draus machen, damit die Stimmung nicht einkracht, weil ihr enttäuscht seid, weil vielleicht die Leute, die es wussten, enttäuscht sind. Macht da einfach ein kleines Tischfeuerwerk. Einfach so als Gag. Es gibt lustige Bilder, überrascht alle und habt trotzdem Spaß zusammen. Wenn ihr Kinder auf der Hochzeit habt und zum Beispiel eine Hüpfburg organisiert habt, dann könnt ihr entweder die Eltern bitten, dass sie die Kinder wetterfest einpacken, dann können die draußen hüpfen, das ist den Kindern meistens wurscht. Oder ihr habt vielleicht einen alternativen Raum und nehmt ganz viele Decken mit, bittet eure Freunde, dass sie dann eine Decke mitnehmen, dann können die sich da unter den Tischen und Stühlen ein richtiges Lager aus Höhlen bauen. Kinder sind ja recht unkompliziert. Aber so habt ihr dann einfach ein paar Sachen, wo ihr unterschiedlich darauf reagieren könnt und deshalb würde ich, wenn ihr anfangt eure Hochzeit zu planen, wirklich den Plan A aufsetzen und daneben den Plan B und überlegen, was machen wir, falls dieser Fall eintritt oder falls dieser Fall eintritt. So könnt ihr entspannt auf den großen Tag hinfiebern. Ihr gehört definitiv nicht zu denen, die 14 Tage vorher im Dreieck springen und fünfmal täglich den Wetterbericht checken und seid auf der sicheren Seite und habt einen schönen Tag. Ja, das waren meine Tipps zum Plan B. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mit rausnehmen. Mich würde jetzt interessieren, wart ihr schon mal auf eine Hochzeit, die ins Wasser gefallen ist oder habt ihr schon mal von Freunden gehört? Was ist da genau schief gegangen? Was war für das Brautpaar total blöd und was hätte man aus eurer Sicht besser machen können? Schreibt es doch unten in die Kommentare, dann profitieren ganz viele Brautleute davon, können diese Fehler vermeiden und wenn ihr noch eine Frage zu dem Thema habt, dann schreibt die auch in die Kommentare. Ich beantworte sie euch gerne und ihr wisst ja, together is better, wenn wir alle unser Wissen zusammenlegen, wo wir da heute schon stehen könnten. Gemeinsam kommt man einfach viel weiter. Deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der Planung und sag mal bis zum nächsten Video. Tschüss! Wenn ihr noch mehr zu diesem Thema erfahren wollt, zum Plan B oder auch zu einem anderen Thema, dann lade ich euch ganz herzlich ein, einfach mal bei www.hochzeits.academy vorbeizugucken. Da findet ihr eigentlich auf jede Frage eine Antwort. Ihr könnt sicher sein, dass ihr am Ende nichts vergessen habt und die Planung macht gleich viel mehr Spaß. ZDF